hallo freunde der so sonderschrocken warum das denn ja guck dir die aufnahme an und dann weiß du bescheid das kam unerwartet was dass du mich angeguckt hast oder was nee auch wenn man das meinen könnte naja wo wir stehengeblieben ich verstehe auch nicht immer alles ich hoffe das konzentrieren wir waren da stehen dass wir weiter wollen was ist das denn hier das eis ja würde ich fast so ist als diese greife ja dann dann packt man die flasche whisky aus und würden wir uns ein gläser nur das wäre jetzt echt der oberhamme eis haben wir es gehen haben wir auch ein sack nach hast du so eine stange ja habe ich aber die möchte jetzt nirgendwo einführen möchtest du nicht warum nicht hast du schon würde ich jetzt sehr pervers füllen da sage ich mal nicht zu oh ja hier gibt es wieder fett was wir sammeln heiser dort aber ich würde fast sagen das sind wieder alles für die nebenmissionen ne inwiefern diese chipkarten sind meistens für so nevenmessen und das nicht für die für die waffen ne die chipkarten sind nicht ach hier warte mal ah jo ne die pack so und dann hier rein und der weitere geht's waaas und das laser soll ich mal durchlaufen warte warte wir versuchen mal was anderes genau bevor du da durchläufst das wird hier irgendwo ein bisschen ja wow ich glaube wir sollen das nicht so unbedingt tun ne waaah wuuu ok man musste es ja mal gespielt haben alter das hat mir erstmal per se einfach alles vom körper abgeschnitten Fakt oh ne ja ja laber das ja nicht wie sie selbst bezeugen können stellt die menschheit fast zwanghaft rote Marker her duplikate nach dem abbild des originals ach warte mal ich fühle es eigentlich im inventar sie sind ein Teil von uns wiederplanet der uns gewahr vielleicht sogar noch mehr wir alle müssen unsere rolle in der natürlichen evolution des universums erfüllen dann müssen wir das nochmal machen hm 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 ja natürlich nice wenn wir jetzt doppelt Sachen trinken würden ne weil das brechert eben alles im inventar naja stimmt ja so da haben wir wieder den heißen Tod so ja jo hat nicht geklappt so nett zuvor so so diesmal gehen wir nicht in den Laser hm was heißt hier wir ja du wolltest doch das du wolltest doch also du weißt schon also jetzt schieb sie mir dann wieder in ne Schauer das ist die Frage wie wir rüberkommen ah aber guck mal hier muss irgendwo so Teil sein noch hier ist nämlich so ein Computer jo hm hm scheinen nicht so klappen ne ah aha scheinen ja logisch boah das ist ja richtig mies hallo 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 warte ich bin noch nicht da ja wo bist du du ne qua achja ne alles gut boah das ist ja richtig übel ne Oder wohl? Ist das auch nochmal noch ausprobiert mit nem Laser? Nöööö. Nicht? Alles gut. Ich geh mal auf die rechte Seite. Ochiker, jetzt müssen wir wieder cheaten, oder? Oh ne. D' bauen wir nicht. Oh ich habe irgendwie n bisschen gehört. Hast du das auch gehört? Ah, falsche Waffe, verdammt. Alter, der Knabber! Nice. War das jetzt ein Mensch? Das war ein Zombie, glaube ich. Oh, ich dachte, das war ein Mensch gewesen. Also schon, das war ein Mensch, aber halt mit so einem Zombie-Dings auf dem Kopf. Ach, wieder einer von diesen Buggelteilen, ne? Ja, der Ding aus Half-Life. Haben sie noch nie gespielt Half-Life. Nicht? Musst du mal machen. Als erstes Mal kommt ja Overwatch und so, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf, ne? Jo. Wann kommt das raus? Mai? Ja, und ich bestelle jetzt vor, in den nächsten Tagen, und dann kann ich nämlich die Beta schon spielen. Nice. Okay, das ist das letzte Stück. Nice. Kommst du dann jetzt zurück? Ja, bin bald da. Dann müssen wir wohl die Rosette zusammensetzen, ne? Boah, ne, ne? Ich bin doch nicht hier, um Alien-Puzzle zu spielen. So. Menschen! Geil! Jetzt kann ich mal mein Scharf-Hitzengewehr nehmen. Da ist der Kopfhull weg. Oh, Alter! Das geht ja gar nicht, das Scharf-Hitzengewehr. Guck dir das nachher, bevor wir die nebeneinander, äh, hier knien. Hör zu, Arschloch! Ja, richtig so. Kann man auch mal machen. Kann man hier jetzt schönes Spielchen mitmachen. Zaaack! Alter, das sieht leicht pervers aus. Was? Warum? Ah, jetzt nicht mehr. Wann? Ja? Ja, und, ähm, ja? Wo müssen wir jetzt landen? Haha! Inventar erst mal aus, Herr. Also ich letztens mal Inventar eben aus. Jo. Will ich auch mal machen? So. Wollte ich jetzt nicht machen. So. Ach, das macht er schon automatisch. Nice. Geologie. Na los, R4D2. Huch. So. Sind wir eigentlich schon in der zweiten Aufnahme? Ja, ne? Ja. Hast du den Thermal wieder nicht mit, ne? Nö. Also, machst du alles richtig? Ja, ne? Finde ich auch. So, los, auf, weiter geht's. Hm, du Partner wartet an der Tür. Warum wartest du denn mal an der Tür? Ist das doch schön. Ja, weil du mich nicht rein lässt. Toa. Es ist zu ruhig. Es ist ein bisschen zu ruhig. Aber wir haben vorhin schon aufgeräumt hier. Vielleicht deswegen. Also, Scharfschützengewehr ist ja wirklich äußerst schwer, ne? Zu spielen. Auf jeden Fall. Aber in jedem Spiel. Das ist immer schwer. Woher wissen wir denn, dass das überhaupt funktioniert? Hast du rausgefunden, wie man aus all dem einen Codex herstellt? Ja. Vermutlich haben sie magnetomische forensische Neurologie eingesetzt, die einen in den Codex gespeicherten Datenstrom produziert. Als hätten sie die Codes für die Maschine direkt aus ihrem Gehirn geholt. Kommt mir bekannt vor. Zumindest haben sie ihr nicht das Auge rausgestochen. Ich bin gleich da. Ja, ich glaub das ist jetzt, ähm, das war jetzt so ein, wie nennt man das? Für Insider. Ja, also das war das, was am ersten oder zweiten Tag passiert ist. Ich glaub den muss hier eigentlich auch mal spielen. Aber ich hab den ersten Teil, ich hab mal angefangen zu spielen, der ist böse. Also schwer. Richtig schwer. Ich glaub die ersten Teile, ähm, sind auch mehr Horror, oder? Mehr Horror als dieses. Jo. Du hast viel, viel mehr Schockeffekte. Auf einmal. Du bist auch schon wieder registriert dafür. Schade, dass es hier ein bisschen so, nicht ganz so ausgeprägt ist. Ja, aber da sag ich nachher was zu, was durchhaben. Ich muss ja schon gestehen, paar Kritikpunkte hab ich schon. Ja. Aber auch vieles, vieles Positives. Ja. Meine Pickaxe... Veraxe. Eine Pickaxe! Ne Ast! Eine Ast! Ach, jetzt wollt ich die Map aufmachen, nicht Trottel! Oh. Keinen. Halt die Fresse, du verschissenes Drecksting. Ja. In die Fresse schießen. Ja. Ich bin abgepolstert hier. Mal abrufen. Dekontamination. Du kannst bereit sein. Weiter geht's. Okay, dann hoffen wir, dass wir das hier hinkriegen, bevor Danik uns findet. Kinderspiel. Der Beinknochen ist verbunden mit... ...was immer das hier ist. Und jetzt? Ach guck mal, die blauen Kammern leuchten, hä? Aha. Ja. Müssen wir das jetzt zusammensetzen oder was? Okay. Also. Welcher Teil ist der Kopf? Jo. Ja. Tendenz. Das hier. Das, was hier am Ende liegt, ist der Kopf. Ja, würde ich auch sagen. Ist jetzt die Frage, was ist oben, was ist unten? Ich glaube, das ist egal, oder? Ah, nee, Quatsch. Nee, das hier. Das war eine bescheuerte Frage eigentlich. Nee, das hier. Aber es ist... Muss ja das obere sein. Was? Ja, hier der Kopf. Ach, das hier müsste es sein. Doch, das sieht doch so aus. Okay. Das sieht aus wie... Naja, so eine Art... Na, ist nur ein Klumpen. Wie sollen wir das je zusammensetzen? Es muss doch irgendwie gehen. Ohne Jack seine schlauen Sprüche wäre das hier nur halt so langweilig. Also, weiß schon was ich meine, ne? Ja, ich muss auch dazu beitragen. Ich als Jack. So, das ist bestimmt der Schwanz. Ah, das könnte DAS hier sein. Halt. Halt. So. Okay, ich glaube, irgendwas bildet sich hier. Ja, kommen wir der Sache näher? Schwer zu sagen, aber die Kontur fängt sich zusammen. Sag mal. Dann DAS. Genau. Oder auch nicht. Doch, doch, das müsste es sein. Achso, ich dachte, es ist nur richtig, wenn er was sagt. Ja, habe ich es auch erst vermutet, aber das passt. Guck mal, hier sind vier. Ja, ich guck immer nach dem Schnittding an. Dann das hier, oder? Zwei, drei, vier. Vorletzte. Oh, war ich das? Oh, war ich das? Ne, ich mag sowas sagen. Na, andersrum. Ne, warte mal. Doch, das passt. War richtig so? Ja, das war richtig, wie du es hattest. Genau, so rum. Oh, die hier jetzt zwei vertauschen. Ja, mach mal. Warte. Montage komplett. Prodex Initialisierung bitte warten. Mal sehen, was wir hier haben. Also, das ist die Rosetta also. Und an dieser Stelle nochmal ein Gruß an Rosetta. Ja, liebe Grüße, ne? Äh, was jetzt? Jetzt würde ich sagen, machen wir eine Aufnahmepause. Bissensweise Folgenstopp. Echt? Ja, bloß, du stellst jetzt selbst schon einen Timer. Nee, du, das sind... Einer muss es ja machen. Hast du echt schon einen Timer gestellt? Ne, hab ich nicht, aber ich schätze mal, dass wir schon gleich drüber sind. Hier muss irgendwo ein Aktivierungs-Shatter sein. Also, ich würde jetzt gerne auch aktivieren, weil laut Dings haben wir sieben Minuten angefangen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon... Ja, dann machen. Was heißt? Rosetta. Ja, Rosetta. Sie hat kein Gesicht. Es ist nicht mal eine Sie, sondern ein S. Rosetta ist ein Alien. Was? Was soll das heißen? Das heißt, dass sie ein Alien-Hirn genutzt haben, um die Geheimnisse der Alien-Maschine zu lüften. Ausgesprochen pfiffig. Mal sehen, was passiert, wenn wir sie aktivieren. Das könnte etwas bizarr werden. Daumen drücken. Woah! Fuck, siehst du das auch? Das war das, was ich mal gesehen habe. Siehst du das auch? Ja. Boah! Geile Sache! Schlaven! Ach, was! Nee! Für alle Naruto-Fans, das ist jetzt eine Attacke von Madara oder von Payne. Je nachdem. So, jetzt mal gucken, ob meine Vermutung richtig ist. Geiles Video auf jeden Fall. Der Mond, der Mond ist die Quelle des Markersignals, nicht die Maschine. Der Mond ist Konvergenz. Die Aliens, sie bauten die Maschine, um den Planeten einzufrieren, den Mond abzuhalten, vollkommen zu werden. Wenn die Maschine abgeschaltet wird, taut alles auf und die Konvergenz geht weiter. Nicht nur hier, sondern überall, wo die Marker sich ausgebreitet haben. Und das ist... Das ist der Schlüssel, um alles abzuschalten. Nooil. Danke, dass Sie die Drecksarbeit erledigt haben. Nein, er wird die Marker auf der Erde anpeilen und uns jagen. Sie verstehen nicht, was Sie da tun. Oh, zuerst habe ich es missverstanden, das stimmt. Aber jetzt ist mir alles klar. Es war nicht nur das Eingreifen der Menschheit, das unsere ruhmreiche Wiedergeburt verhindert hat, sondern auch diese Alien-Maschine. Bleiben Sie von der Maschine weg, dann nicht. Nein. Und da ich das hier jetzt habe, kann ich sie abschalten. Die Einheimischen dieses Planeten zogen den Tod der Evolution vor. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass die Menschheit nicht den gleichen Fehler macht. Wir alle werden vollkommen sein. Macht schon, tötet sie! Alter, wie, ich habe so einen Hass auf den. Alter. Okay. Ich nehme an, der... Hä, hä, hä? Oh, 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 nein, 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 nicht, nicht, nicht! Was? Oh, ich verbrenne. Ja, ich auch. Das war es, glaube ich. Ich nicht. Ich bin tot. Dieser, dieser Bastard, ne? Boah, alter, ey. Ich will ihn einfach nur tot sehen, weißt du? So, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt hier mal ganz schnell Pause. Das ist doch mal richtig. Das ist der richtige Zeitpunkt, um jetzt eine Abfolgenpause zu machen. Da freue ich mich. Das heißt, ihr müsst jetzt einfach mal warten. Bis jetzt am nächsten Tag. Also, bis dahin. Ciao. Bis dahin. Ciao.